Just for Smile finanziert uns diese Aktivität, dass die Residenz schön fahren können, schöne Tage mit uns mitbringen und es gibt solche Dinge, die einfach klar reden können, andere gar nichts, wo sitzen, wo stehen, wo mit dem Rollstuhl herkommen. Für uns ist das natürlich eine Möglichkeit, die Aktivitäten zu erweitern, neues Körpergefühl zu vermitteln, also mal in einem Skigebiet, mal Leute zu sehen, die den Skisport auch betreiben und halt einfach draussen in der Natur etwas zu machen, wo man nicht jede Angelegenheit dazu hat in der Institution. Ja, auch wenn man im Rollstuhl sitzt oder eine Gebeneinträchtigung hat, also mit dem Modell, mit den Möglichkeiten, die man hat, mit den modernen Schlitten, kann man eben auch Sport und Erlebnisse und Gefühle erleben, die man vielleicht nicht unbedingt im Alltag erlebt. Ja, ich sehe einfach so ein bisschen, was organisiert ist, eben, man kommt, alles ist parat, das Essen ist reserviert im Restaurant, also man kann wirklich herkommen und es ist super organisiert. Und ich denke, sie werden noch lange jetzt im Sommer von diesem Skifahren reden und dass wir dann nächstes Winter wieder gehen und, naja. Musik